Hier haben wir die Sushi-Bar. Hier können wir mal einen Sushi-Bag-Shop gesteckt machen. Dann kriegen wir es hier, dass es hier wird. Hier geht es raus. Hier haben wir auch noch eine schöne Sushi-Ecke. Und hier nebenan geht es direkt ins Rosario. Speziell wird hier. Das ist leider zugeschlossen, habe ich leider keine Filme. Und hier kann man direkt rausgehen. Man kann sich so wie in jeder Sushi freitsetzen.